So, wir sind zurück zu einem neuen Fond of the Paddle und es geht weiter mit Rezept und mit einem Cocktail, der die Stimmung wechselt. Das kann heiter werden. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das hier aussieht. Okay, lass mal schauen. What? Ach du Kacke. Äh, hallo? Da habe ich schon extrem viel gesammelt, ey. Okay. Ist das Ziel genug einzusammeln, bevor alles zusammenbricht, oder wie? Okay, also mit Stimmung wechselt, habe ich das ein bisschen anders gedacht, wie das funktioniert. Oh, krass, ey. Das ist scheinbar, dass das Glas nicht rüberkippt. Kann ich jetzt hier noch nichts anderes als ein bisschen Flüssigkeit sammeln. Ich habe gesagt, umso mehr drin ist, umso einfacher ist das Ganze auch zu steuern. So, ich glaube, ich habe es dann geschafft. Jo, habe es geschafft. Weil das war immer was ganz einfaches. Gut, man muss auch ein bisschen Balance sehen, damit man nicht gleich da runterkippt. Aber sonst war es eigentlich noch ganz easy. Ne, echt? Gehe ich durch den Körper jetzt, oder was? Oh, was löst sich beim Kontakt mit rückfließender Manusseuer auf Tipp schützt sich, wenn die Kamera zu wackeln beginnt? Ach du Kacke. Oh, das ist ja geil, das ist ja geil. Okay, wie soll ich da bitte schön schützen? Okay, hier. Okay, ich weiß nicht genau, was ich gerade gemacht habe, aber scheint geklappt zu haben. Oh, nee. Weg da. Soll Arndt Hübsen sein, oder was? Oh, nee. Das ist Magensäure. Ach, scheiße. Ich habe verkackt. Ne, habe ich es noch geschafft, ey? Oh, mit den letzten Tropfen, echt? Okay, ich habe das mit Magensäure geschnallt. Ist das komisch, Rota? Ich dachte, das sei ein Ziel. Na ja, gut. Wir haben es geschafft. Weitere jetzt. Leichte Säure. Technik niedrung. Besonders löst sich bei Kontakt mit rückfließender Manusseuer. Wir haben es gleich nochmal. Okay. Oh, es geht weiter. Oh, 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 oh. So. Okay. Oh, oh, oh. Komm runter, runter, runter. Und das war jetzt aber nicht ganz toll. So. Weg da, weg da. Huh. Knapp, aber heftig. Oh, jetzt geht es weiter. Ja. Das ist die Säure. Das sind eigentlich die Dinger, die ich nicht berühren sollte, weil ich dann das Loopser hier verhindern könnte. So eine Art Sensoren vom Körper, die sagen, hey, da ist was in meinem Darmtraktor oder so. Keine Ahnung. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Echt, will ich das sagen, ey. Macht echt Spaß. So, jetzt geht es weiter. Und zwar wieder mit dem gleichen Dings. Achte genau auf die Warnschild, die Farbescheiben, die noch auf dich zukommen. Okay. Warnschild im Körper. Nicht schlecht. Oh, nee, 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 nee. 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 Oh, nee, 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 nee Ohhhh, noch einer, oh ne, das war so viel, haha, scheiße, jede Wand löst einen so einen Hubser aus, also ist ein bisschen tricky echt, so, ich habe es geschafft ohne da auszulösen, ok, jetzt wissen wir, dass wir hier ein bisschen mehr Schuhen brauchen, oh nein, nein, das war so gut, ey, jetzt kommt sowas, ach scheiße, was für eine Bäberei, ey. Oh, was ist denn jetzt hier, ach, wir haben es geschafft, da habe ich vorhin so kurz vor dem Ende noch gestorben, ich glaube es noch nicht. So, jetzt haben wir eine Acetylsalix, was, eine Acetylsalixsäure, ok, kennst du das Look, wenn ja, dann schreibst du Kommentare, ok, ich habe gerade gelesen hier, besonderer, löst sich Kontakt mit Aspirin auf, tipp wahr darauf, dass das Aspirin einen Weg schafft und pass dabei auf, dass es sich nicht berührt, ok, oh, ok, ich glaube, da muss ich jetzt mal, bis das Spiel den Weg geschafft, aber ich hoffe, dass du mich nicht berührt, ach du scheiße, das löst mich total auf, ähm, ja. Hallo? Hilfe? Hilfe? Das, das benötigt ja, das benötigt, ich ja. Also, ich habe kein durchkommen ohne Aspirin. Schwindigkeit, ich fühle dich total verarsche. Ok Ah, ich stehe jetzt gerade So ist es gemeint Jetzt wird Schmackes durch Jetzt hier ein bisschen bremsen So, das Asperin kommt gleich Das Asperin wird mit mir den Weg öffnen Jetzt kommt das Asperin Gas geben Ah Das fiese Ding, das bremst ja Oh, jetzt ist er schnell durch Ha, ich bin schneller, das Asperin Juhu, hab's geschafft Sehr schön Okay, jetzt sind wir im Blutgefäß Ja, Spannung Flüssigkeit, Technik, die um Sonne schwer kompakt zu halten Vestel, wachst du jetzt langsam von links nach rechts und dann wird das Blut durch die Atem zirkuliert Okay Da bin ich jetzt echt gespannt, was mich jetzt erwartet Ach du Scheiße, ich sehe schon Oh, das ist doch Das ist doch dumm tricky Ach du Scheiße Ich sehe, da oben ist eine Spritze Boah, selber ist die Kamera Das hat ich gar nicht gemein gemacht Nein 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 Falschgedruck Wachs nicht Ach, das wäre bestimmt fast ein Ziel gewesen Na gut, nochmal Die Steuerung ist ein bisschen tricky Hab ich schon festgestellt Wenn ich es so mache, dann gebe ich Gas Da hat die Spitze was aufgeladen von uns Nein Scheiße Oh, wir sind durchgekommen Oh Scheiße Ja, ich glaube Das wird wohl dann nichts mehr Überleben Ich kriege die Kurve nicht hin Ah Scheiße Ja gut Die Folge ist eben beendet Oder zu Ende Wenn es euch gefallen hat Lasst mir ein Like da Und schaut mir das nächste Mal wieder rein Wenn es heißt Der Battle Ich bedanke für's Zusehen Und Tschüss Ich bedanke für's Zusehen